Böhmen ist eines der historischen Länder der böhmischen Krone. Es gehört heute zum Staatsgebiet der Tschechischen Republik, bildet aber keine eigenständige administrative Einheit mehr. Böhmen bezeichnet darüber hinaus auch dessen Bewohner unabhängig von deren Nationalität. Wappen Der böhmische Löwe ist ein aufgerichteter silberner doppelschwänziger Löwe mit goldener Blätterkrone auf Rot. Er ist goldbewehrt und bezungt. Geografie Böhmens Fläche beträgt etwa 52.065 Quadratkilometer. Es grenzt im Nordosten an Schlesien, im Osten an die historische Region Meeren, im Süden an Österreich, im Südwesten und Westen an Bayern und im Nordwesten an Sachsen. Das historische Dreiländereck mit Meeren und Österreich befindet sich an der Spitze der böhmischen Saas am Hohenstein bei Stare Mestoport, Landsteenem. Böhmen wird im Wesentlichen begrenzt durch seine vier Randgebirge, Böhmerwald, Erzgebirge, Sudeten, Böhmisch-Meerische Höhe. Damit bildet es einen Landschaftskessel bis auf kleine Ausnahmen eingegrenzt durch die Wasserscheiden der Einzugsgebiete von Moldau und Elbe. In letztere mündet auch die Eger, deren Quellgebiet in Franken liegt. Böhmen umfasst die westlichen beiden Drittel Tschechiens. Dazu gehören heute die tschechische Hauptstadt Prag, die sie umgebende mittelböhmische Region und die um diese Region im Urzeigersinn liegenden Regionen Reichenberg, Königgrätz. Der größere Teil des Padubiki-Kratsch, die Westhälfte des Kratsch für Sorzina, fast die ganze südböhmische Region, die Region Pilsen, der Kalowarski-Kratsch, der Ustecki-Kratsch um Usti und das heute zur südmeerischen Region gehörende Djabova-el-Hutta. Die heutigen Grenzen Böhmens sind weit über 1000 Jahre alt. Das Egerland kam erst im späten Mittelalter dazu. Böhmen wird auf drei Seiten durch Berglandschaften umfasst, ohne jedoch einen Kessel zu bilden. Es schließt mit dem Fichtelgebirge an die mitteldeutschen Terrassenlandschaften an. Böhmen hängt mit Meeren so eng zusammen, dass man im Raum zwischen Eger, Elbe und Donau einerseits und Mach und Nab andererseits ein gemeinsames böhmisch-meerisches Terrassenland sehen kann. Die Einzugsgebiete der Donau und der Oder betragen nur 6,4 Prozent der Landesfläche, während das Einzugsgebiet der Elbe 48.772 Quadratkilometer einnimmt. Zum Flusssystem der Elbe gehört auch die Moldau, die bei Melnik in die Elbe mündet. Im äußersten Osten gibt es einige Bäche, die zur Mach entwässern. Damit geht die europäische Hauptwasserscheide durch Böhmen. Das Terrassenland Böhmens wird durch Elbe und Eger, Sasawa und Borunka und durch die tiefe Meridianfeuche der Moldau gegliedert. Die kleinen ringsumschlossenen Tiefimnen sind Hier findet man auch zahlreiche Berge, Andelsgahora, Uhost, Rip, Toc, Tremsen, Buben. Die natürliche Grenze Böhmens nach Westen bildet der Böhmerwald, der durch das Plateau von Waldsassen mit dem Fichtelgebirge in Verbindung steht. Historischer Begriff Der Name leitet sich von dem keltischen Stamm der Bäuer ab. Geschichte Hauptartikel Der König von Böhmen war einer der sieben Kurfürsten, die den römisch-deutschen König wählten. Historische Verwaltungsgliederung Karl IV. begann in der Mitte des 14. Jahrhunderts sein Königreich in große Verwaltungseinheiten einzuteilen. Eine solche Verwaltungseinheit hieß in den Urkunden auf Deutsch Kreis auf Tschechisch Kratz und auf Lateinisch Schirkulus. Es gab in Böhmen sieben bis sechzehn Kreise, in Meeren bestanden zwei bis sechs Kreise, in Österreichisch Schlesien waren es zwei. Die Anzahl der Kreise und somit auch deren Größe änderte sich mehrmals. Diese Kreiseinteilung galt bis 1862, spielte aber schon kurz nach der Revolution von 1848 praktisch keine Rolle mehr für die Verwaltung. Die Kreisgliederung zwischen 1833 und 1849 nach Johann Gottfried Sommer war, Brauner Kreis, Beachauer Kreis, Budweiser Kreis, Bunzlauer Kreis, Kaslava Kreis, Kodima Kreis, Elbogener Kreis, Kaurima Kreis, Klartauer Kreis, Königkritzer Kreis, Leitmeritzer Kreis, Pilsner Kreis, Prachiner Kreis, Rakonitzer Kreis, Sasa Kreis, Tabura Kreis. Siehe auch, ab 1850 wurden in allen Gebieten der Monarchie außer Ungarn die alten großen Kreise durch politische Bezirke ersetzt, von denen jeder aus einem oder mehreren Gerichtsbezirken bestand. In den österreichischen Bundesländern besteht diese Einteilung bis heute. Normalerweise war ein politischer Bezirk kleiner als ein ehemaliger alter Kreis und ein Gerichtsbezirk ist kleiner als ein politischer Bezirk. Es gab im Kronenböhmen 104 politische Bezirke und darin 229 Gerichtsbezirke. Meeren hatte 32 und österreichische Schlesien neun politische Bezirke. Diese Bezirkseinteilung galt in Böhmen abgesehen von kleineren Änderungen bis 1938 also auch in der ersten tschechoslowakischen Republik. Zur Entwicklung in Meeren und der Slowakei siehe Okeres, durch das Münchner Abkommen vom 29. September 1938 wurde gegen den Willen der tschechoslowakei der vorwiegend deutschsprachige Teil Böhmens als Reichsgausudetenland dem Deutschen Reich zugeschlagen und in Stadt- und Landkreise eingeteilt. Übergeordnet waren Regierungsbezirke. Das übrige Böhmen seit 15. März 1939 im Protektorat Böhmen und Meeren blieb weiterhin in politische Bezirke und Gerichtsbezirke eingeteilt, wobei allerdings mehrere politische Bezirke noch in einem Oberlandratsbezirk zusammengefasst wurden. Im Reichsgausudetenland gab es fünf Stadtkreise und 52 Landkreise. Im Protektorat Böhmen und Meeren gab es 67 böhmische und 30 mehrische politische Bezirke. Diese Verwaltungsgliederung galt bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Böhmische Kultur Böhmen war stets eine europäische Region, in der religiöse und ethnische Gegensätze aufeinandertrafen. Dies erzeugte Konflikte, aber auch produktive Wechselwirkungen. Die böhmische Kultur ist in ihrer Vielfalt geprägt vom Zusammenwirken und Aufeinanderprallen von tschechischen, deutschen und jüdischen Einflüssen. So war beispielsweise Prag unter den Luxemburgern maßgeblich an der Ausprägung der internationalen Kunst der Paler Zeit beteiligt. Im 19. und 20. Jahrhundert schöpften Schriftsteller wie Adalbert Stifter, Rainer Maria Rilke, Jaroslav Hasek, Franz Kafka, Max Brot, Karel Czapek, Franz Werfel, Johannes Urzidiel und Friedrich Thorberg und Komponisten wie Beatrice Metana, Antonin de Vorack, Leos Janacek, Gustav Mahler und Viktor Ullmann in ihren Werken aus der reichen kulturellen Tradition des Landes. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand eine alle Disziplinen umfassende tschechische Wissenschafts- und Kulturszene, deren Anspruch sich unter anderem in der Prager Architektur um 1900 ausdrückt. Die deutsch-böhmische Minderheit war nicht weniger produktiv, sie wetteiferte mit dem ganzen deutschen Sprachraum. Das Prager Tagblatt galt als eine der besten deutschsprachigen Zeitungen seiner Zeit. Die Industrie Böhmens war in Österreich-Ungarn führend. Das Kronland wurde das wohlhabendste Cislythaniens. Im Bereich der Tierzucht sind die goldenen Kinski-Pferde zu nennen eine seltene Rasse, deren Zucht 1838 in Klamek von Octavian Josef Graf Kinski begründet wurde. Berühmt sind die böhmische Küche, das böhmische Bier und die böhmische Blasmusik. Typisch für die böhmische Küche sind Knödel, deftige Fleischgerichte und süße Mehlspeisen als Nachtisch. Die kulturellen Traditionen Böhmens sind eng mit denen in Bayern und Österreich verwandt. In der Wiener Küche etwa sind böhmische Einflüsse unverkennbar. Der Begriff Bohem leitet sich von der französischen Bezeichnung Bohemien für die aus Böhmen kommenden Roma ab. Der Charakter der Herkunftsbezeichnung verlor sich im französischen wie im deutschen so, dass Bohemien zu einer Bezeichnung unordentlicher, liederlicher Sitten bzw. für die Lebensart in Künstlerkreisen wurde und sich nicht mehr auf die ethnische Zugehörigkeit bezog. Wenzel von Böhmen und Johannes von Nepomuk werden von den Tschechen hoch verehrt. Siehe auch, Liste der böhmischen Herrscher, Schock, Wenzel, Böhme, Liste deutscher Bezeichnungen tschechischer Orte, Böhmen am Meer, nach einer Ortsangabe in Shakespeare's Wintermärchen, Kategorie Böhmisches Adelsgeschlecht.